hallo und herzlich willkommen kürzlich gab es ein live video zum thema magen darm probleme und dann quasi als lösung dafür die aloe vera schocktherapie ich nehme an einige von euch haben das schon auf englisch gehört als ich nämlich meine aloe blätter letzte woche bestellen wollte gab es für die woche keine mehr weil so viele schon bestellt hatten und der lieferenten lieferant so viel gar nicht hatte also an alle die letzte woche keine blätter mehr bekommen haben diese woche hat mal und den lieferanten vorgewarnt und der zugesagt dass genug aloe vera da sein wird ich habe zwei bilder bekommen die ihr hier sehen könnt den link zum bestellen findet ihr unter dem video starten wir die sendung von anthony hieß lebensrettende protokolle aloe vera schocktherapie und magenprobleme hat jemand magenprobleme verdauung säure reflux magenschmerzen magenbrennen geschwüre helicobacter pylori hat jemand eine gastritisdiagnose bekommen wir reden über aloe vera und ich werde euch verschiedene tipps geben wie ihr sie essen könnt und was sie für uns tun kann viele menschen haben irgendwann irgendwelche magenprobleme die ihnen im weg stehen es passiert menschen ständig sie halten ihre gase zurück wenn sie mit menschen zusammen sind krampft ihr magen sie kneifen die beine zusammen und versuchen nicht zu furzen sie versuchen sicherzustellen dass alles drin bleibt denn da drin ist alles mögliche los sie gehen zum arzt der sagt es kann dies sein das sein menschen können viele verschiedene dinge haben aber bakterien sind eine dieser sachen die probleme machen im darm und viren ebenfalls aloe vera ist ein lebensrettendes werkzeug für so viele menschen die nicht essen konnten die empfindlich waren gegenüber bestimmten lebensmitteln gegenüber chemikalien die probleme mit ihrer verdauung hatten sie wissen nicht was sie essen sollen sie haben magenschmerzen nachdem sie essen sie leiden täglich entweder mit blähungen krämpfen verschiedenen diagnosen ihren magen betreffend von cibo morbus crohn bis hin zu reizdarm manchmal heißt es du hast helicobacter oder wir wissen nicht was dir fehlt so viele menschen leiden in ihrem darm die vertikulitis die vertikulose dieses aloe blatt hier in meiner hand ist ein lebensrettendes werkzeug für so viele menschen da draußen wenn du weißt wie du es nutzen kannst wie du die medical medium aloe vera schocktherapie anwendest ich habe menschen mit morbus crohn gesehen die eine operation haben sollten schon jahrelang ungeklärte probleme mit dem darm hatten und die aloe vera therapie angewendet haben und damit die operation vermeiden konnten anthony zeigt ein modell des darms und erklärt bakterien erzeugen mit der zeit so viel gas weil sie sich von etwas ernähren was sie gerne essen mit der zeit entwickeln sich so etwas wie taschen im dünndarm ausdehnungen fäkalien beginnen sich anzusammeln sie bleiben hängen in den taschen verfangen sich dort die taschen wachsen sie dehnen sich und werden größer und in diesen taschen leben mehr bakterien ein glückliches leben essen haben fressorgien verstecken sich unter dem kot und verdautes protein das sich unter hartem fett versteckt das an den schleimhäuten des darms klebt und das bakterium hat dort einen freuden tag es produziert ammoniak und andere gase toxische gase diese toxischen gase üben druck aus auf die schleimhäute des darms durch diesen druck entsteht expansion ausdehnung die elastizität beginnt abzunehmen die schleimhäute beginnen schwächer zu werden und während sie schwächer werden entwickeln sich diese ausdehnungen und taschen und dann haben wir mehr und mehr probleme mit unserem darm krämpfe themen mit dem stuhlgang schmerzen brennen krämpfe können so schlimm sein dass jemand täglich zusammengekrümmt da liegt vor dem toilettengang nach dem toilettengang und dann gibt es diese sache wo jemand nach dem stuhlgang das gefühl hat er sei noch nicht fertig es sei nicht genug gewesen da ist nicht genug rausgekommen das passiert vielen menschen sie fühlen sich nicht befriedigt nachdem sie auf der toilette waren diese zufriedenheit die wir haben wenn wir das gefühl haben uns ausgeleert zu haben wir fühlen uns gut haben das gefühl alles funktioniert da drin aber wenn es dann nicht so gut funktioniert und sich unser stuhlgang nicht richtig anfühlt oder nicht vollständig dann beginnt unser vertrauen zu bröckeln oder wir fühlen uns gebläht und entzündet was passiert wenn wir essen unsere nahrung geht runter in den magen unsere magensäure ist nicht stark genug und baut proteine nicht ausreichend ab proteine fallen in den zwölffingerdarm von dort aus gelangen sie in den dünndarm nicht ordentlich verdaut nicht ordentlich abgebaut von da an beginnen die proteine zu verrotten und dann haben wir verrottung im darm mit dabei ist ammoniak gas das durch das verrottende essen produziert wird das verrottende essen zieht gefahren an diese gefahren sind bakterien kann die da unproduktive pilze sogar ein paar verschiedene schimmel varianten aber in jedem fall ist eine sache sicher bakterien geben den weg vor werden die nummer eins sein und es wird das bakterium sein das von den ganz von dem ganzen verrottenden essen ist die unverdauten proteine die verrotten und danach scheidet das bakterium exkremente aus es scheidet sie ausscheidet unverdautes protein aus und das ist nun toxischer als je zuvor und erzeugt in der folge mehr gas als je zuvor und während dieser prozess läuft entstehen taschen und ausdehnungen im dünndarm diese taschen und expansionen geben uns das gefühl als ob da ein stechen wäre ein stich nach der toilette hat jemand einen schmerz wie einen messerstich etwas scharfes in dir es hat dich einen moment lang und dann zieht es weiter nach einer kleinen weile kann sich der stich verändern er ist jetzt nicht mehr auf der linken seite sondern weiter unten oder weiter rechts er kann sich bewegen während also unsere nahrung im darm verrottet und dabei ammoniak gas erzeugt und dann passiert eine fressorgie hauptsächlich bakterien die sich von den ganzen unverdauten proteinen ernähren und dem was du isst während das so weitergeht jeden tag woche um woche bekommen wir ausdehnungen aber wir bekommen ausdehnungen bevor wir dann verengungen bekommen verengungen kommen später das erste was auftritt sind ausdehnungen wie kommt es zu einer verengung im darm das ist wenn der darm in einem bestimmten bereich anfängt zu schrumpfen stellt euch ein rohr vor und in diesem rohr hat ein teil des rohres einen anderen durchmesser einen kleineren durchmesser und wenn da nahrung durchgeht wird sie an dieser stelle auf eine verengung treffen aber bevor wir zu diesem thema kommen möchte ich noch die erweiterung die ausdehnung zu ende besprechen denn das erste was bei menschen mit verdauungsbeschwerden passiert ist dass sie taschen man könnte auch sagen beutel oder ausdehnungen bekommen das heißt der darm beult aus bildet beutel oder taschen ich rede nicht über die vertikulose oder die vertikulitis sondern es kann ein an sich gesunder darm sein der sich durch druck ausdehnt druck nicht nur von den fäkalien die sich ansammeln sondern druck auch durch ammoniak gas von erregern wie den bakterien die sich von unverdautem protein ernähren wenn die ausdehnung zu regelmäßig auftritt wird die schleimhaut des darms also die wand schwächer wenn die schleimhaut die wand schwächer wird entsteht dort letztendlich eine verengung der grund dafür ist dass die wand nun zu schwach ist die flexibilität geht ins gegenteil nach innen statt nach außen weil die schleimhaut vorher gedehnt wurde während sich also beutel oder taschen im dünndarm bilden und die schleimhäute sich dadurch ausdehnen müssen wird die wand die schleimhaut geschwächt und fällt dann nach innen wenn sie das tut haben wir nun eine verengung was menschen mit magenproblemen und verdauungsproblemen passiert ist dass sie diese ausgebeulten taschen haben und sie haben auch verengungen in teilen des darms wird es eng in anderen teilen ist es breiter da ist eine tasche ein beutel und das kann sich in verschiedenen bereichen des darms mit der zeit ändern aber es verursacht eine menge probleme wie chronische gastritis chronisches gas chronische blähungen chronisches stechen und magenkrämpfe reizdarm chronische verstopfung chronischer durchfall all diese dinge bekommen wir durch das was im darm passiert ich rede hier aber nicht über das ileum und den ansteigenden und absteigenden dickdarm also hier eine anmerkung von mir als übersetzerin anthony hat immer das wort intestinal tract genutzt genutzt was ich sonst auch manchmal allgemein mit verdauungstrakt übersetzt habe aber zumindest in diesem zusammenhang scheint er dezidiert über den ersten teil des dünndarms zu sprechen so verstehe ich das er sagt nämlich ich rede hier aber nicht über das ileum und den ansteigenden und absteigenden dickdarm und dann schließlich raus aus der tür darüber rede ich nicht das ist ein anderes weiteres problem wo bakterien gerne sitzen das heißt er hatte sich zuvor bei der beschreibung der ausdehnung und taschenbildung wohl auf den teil des dünndarms bezogen der nach dem magen anschließt und von da aus eben weitergeht nun wenn menschen eine SIBO diagnose bekommen also eine bakterielle fehlbesiedelung des dünndarms was sie da in wirklichkeit bekommen ist eine streptokokken diagnose das bakterium nummer eins sozusagen das führende im darm sogar noch vorsiediv clostridium difficile das sind streptokokken und menschen haben mehr als eine sorte streptokokken sie haben eine variante die halsschmerzen macht eine die akne macht eine die magenprobleme macht eine die blasenentzündungen macht oder nierenentzündungen oder was allgemein als candida infektion bekannt ist was in wirklichkeit eine infektion mit streptokokken ist mit candida ansammlung aber in wirklichkeit ist auch dort strept die eigentliche ursache was menschen also dann nehmen sind antibiotika und dann wird ihnen noch gesagt viele probiotika und präbiotika sie machen das vor und zurück sie bekommen mehr magenprobleme die beginnen weg zu gehen dann wieder magenprobleme wieder gastritis blähungen verstopfung krämpfe durchfall reizdarm bezüglich reizdarm ist keine ursache bekannt man sagt mit dieser diagnose mit dieser namensgebung ja nur du hast einen gereizten darm ja aber wer reizt ihn und warum dasselbe gilt für zöliakie morbus kron gastritis was steckt dahinter was hinter den meisten dieser krankheiten steht sind bakterien streptokokken sind immer heiß und warm sie sind immer da richten immer schaden an weil menschen nicht wissen wie sie sie loswerden sollen sie sitzen dann für immer im darm machen probleme ich werde euch dazu verschiedene arten zeigen wie man aloe essen und wie man sie schneiden kann als therapie aber im moment können wir noch über den magen sprechen im magen sind magendrüsen sie müssen stark sein sie müssen richtige superkräfte haben das ist für deine magensäfte sie sind ein teil davon wie wir unsere nahrung abbauen wie wir unsere proteine abbauen sie werden schwächer bei den menschen menschen nehmen kaffee zu sich und essig und alle möglichen anderen dinge sie haben stress ihre magendrüsen beginnen schwächer zu werden und können das essen nicht mehr gut abbauen die magensäure ist praktisch nicht existent also wie wir früher besprochen haben läuft das essen einfach relativ unverdaut durch und beginnt zu verwesen eine andere sache mit menschen mit darm problemen ist dass sie leberthemen haben wann immer also jemand eine diagnose kriegt wie morbus krone reizdarm magenkrämpfe da musst du daran denken dass hier eine schwache träge überarbeitete leber involviert ist und eine leber die auf dem weg ist zur fettleber selbst wenn das noch nicht diagnostiziert ist du kannst ein leberproblem haben ohne dass die leberenzyme erhöht sind das ist wichtig zu wissen jedenfalls ist die leber involviert und streptokokken leben mit anderen erregern in der leber sie leben in der gallenblase im magen im dünnen und dickdarm und auch direkt außerhalb vom anus eines menschen streptokokken lieben es dort und sie landen am ende dann auf den händen der menschen und wenn sie auf den händen sind sind sie schließlich überall von einkaufswagen griffen über tür schnallen bis hin zu allem anderen was menschen anfassen wenn sie ihre hände nicht gründlich genug waschen haben sie streptokokken an den händen kommen wir jetzt zu aloe vera anthony liest dazu aus dem buch heile dein gehirn praxisprogramm wo über schocktherapien steht dies sind machtvolle heilungswerkzeuge um das immunsystem wieder aufzubauen indem man es mit dem versorgt was es braucht um infekte abzuwehren eine infektion zu bekämpfen wenn du diese informationen wirklich in dir aufnimmst die kraft die da drin ist es folgen dann noch einige allgemeine informationen über die schocktherapien die im buch nachlesen könnt und dann sagt er medical medium schocktherapien sind in der heutigen zeit sehr wichtig wo wir kovid haben grippe und ähnliches epstein bar an jeder ecke jeder gibt erreger weiter wir haben exposition also wir sind ausgesetzt solchen dingen wie toxinen pathogenen wir werden bombardiert mit düften man kann ja fast sagen sie gasen menschen zu tode so toxisch ist das zeug aber du gehörst ja nicht zu diesen menschen oder alles ist gut so lange bis es das nicht mehr ist bis du krank wirst während die dunkelheit versucht alles zu zerstören was gut ist erheben wir uns gegen die dunkelheit nutzen dabei vom licht erschaffene gesundheitswaffen um ermächtigung wieder zu erlangen während die sich verändernden zeiten zusätzlichen stress für uns mit sich bringen ist das bei euch auch so denn die sich ändernden zeiten sind ziemlich rau und haben auf jeden fall zusätzlichen stress in mein leben gebracht das quickening die beschleunigung passieren dinge schnell da draußen dinge passieren im moment in lichtgeschwindigkeit so verrückt ist das da draußen während die sich ändernden zeiten uns also zusätzlichen stress bringen geht die menschliche rasse in ein größeres gesundheitsdefizit als in vergangenen jahrzehnten krankheit dominiert nun das leben von milliarden menschen hört ihr das krankheit dominiert nun ihr leben was glaubt ihr warum ihr heute menschen in den sozialen medien seht die dort vor acht oder zehn jahren nie gewesen wären da haben wir keine 18 19 oder 20 jährigen gesehen aufgebracht weil sie so krank sind die diagnosen bekommen die akne haben es ist außer kontrolle krankheit dominiert nun das leben von milliarden menschen medical medium schocktherapien gibt es um das spielfeld auszugleichen auf dem chemische und medizinische industrien ein schmutziges spiel spielen gegen die menschheit ihr glaubt nicht dass sie ein schmutziges spiel spielen gegen euch gegen uns ihr wisst was los ist ihr wisst was da draußen passiert ihr wisst wie die industrien funktionieren ihr habt eine ziemlich gute vorstellung von den schmutzigen spielen die mit der gesundheit von menschen ablaufen es ist verrückt im buch werden verschiedene schocktherapien beschrieben im deutschen buch sind die übersetzt worden als stoßtherapien eine davon ist die aloe vera schocktherapie dazu heißt es viele plagen sich mit magendarmschmerzen die im ganzen rumpf zu spüren sind sie realisieren aber gar nicht dass sie vom magen oder vom darm ausgehen wisst ihr was menschen können tatsächlich magenprobleme haben die sich als schmerzen in der schulter zeigen sie glauben etwas stimmt nicht mit der schulter und dann geht es weg es trifft sie die schulter tut weh oder im nacken und in der schulter oder im oberen rücken und es ist ihr magen und ihr darm es trifft menschen an den komischsten orten das könnt ihr euch gar nicht vorstellen aloe vera enthält substanzen die säuren neutralisieren und nerven in der darmschleimhaut beruhigen unser darm ist ausgekleidet mit nerven kleine winzige nerven die dann einmal den weg zu größeren nerven finden und so werden all diese kleinen nerven in der darmschleimhaut heiß ich nenne sie hotspots das ist ein begriff der von spirit of compassion vor langer zeit kam hotspots sind kleine entzündete bereiche der darmschleimhaut die voller nerven sind und wenn etwas sie berührt dann reagieren sie sofort wenn also nahrung dadurch kommt oder eine gasblase da vorbeikommt in dem moment wo die gasblase einen dieser hotspots berührt wird alarm geschlagen ertönt der pfiff oder peristaltische bewegungen treten auf wo plötzlich ein teil des darms sich dreht weil er versucht die nahrung hindurch zu bewegen eine botschaft war von deinem gehirn an deinen darm gegangen und nun bewegt er sich dreht sich und versucht das essen dahin durchzukriegen aber dann sind da die hotspots und es tut weh auch im ilium kann jemand eine entzündung haben das hindert essen daran leicht vorbeizukommen und dann gibt es blähungen das ganze gas steckt dort fest ist dort gefangen baut sich auf es erreicht den dickdarm nicht einmal dein gas deine luft ist viel höher da oben gefangen im oberen teil zurück zum buch aloe vera enthält also substanzen die säuren neutralisieren und nerven in der darmschleimhaut beruhigen so dass darmkrämpfe nachlassen und schließlich aufhören das ziel mit der aloe ist es also darmkrämpfe zu verlangsamen und zu beenden aloe neutralisiert säuren und hemmt das wachstum von bakterien und viren ebenso wie kandida schädliche pilze und schimmelwachstum es sind also all diese menschen da draußen und etwas wächst in ihnen etwas wächst in ihrem darm pilze bakterien hunderte schädliche stämme schimmel jedenfalls haben viele menschen da in ihrem darm etwas am wachsen und sie können das mit probiotika bombardieren dieses noch und dieses noch oder pulver antibiotika und es bringt nichts es bringt es nicht alles da drin was wächst und nicht wachsen sollte wächst und wächst darum sind die medical medium protokolle im allgemeinen so wertvoll der schwermetall entgiftung smoose die moni mono reinigungen der sellerie saft und so weiter weil es diese bakterien auf die dauer zurückschlägt und diesen unproduktiven pilz aloe vera beruhigt auch die darmschleimhaut und die entzündeten nerven diese hotspots durch die wir die schmerzen bekommen anwendungsgebiete für aloe vera schock therapie sind magenschmerzen magendarmschmerzen die in brustrücken schultern aufsteigen herz brennen schwache magensäure starkes bakterienwachstum durch peristaltische bewegungen werden entzündete nerven berührt taschen verengen sich und was dann passiert boom dieser schmerz wandert nach oben trifft uns in der schulter im nacken in der brust das sind richtige erklärungen und nicht nur eine bezeichnung eine namensgebung wie herz brennen weitere anwendungsgebiete sind morbus krone dick darmentzündung reizdarm zöliakie sodbrennen geschwüre magenbrennen helicobacter wer hat helicobacter pylori dafür ist die aloe schock therapie unglaublich gut dünndarm fehlbesiedlung magenschmerzen gleich nach dem essen wer von euch kriegt das magenschmerzen gleich nach dem essen magen und darm krämpfe magenschleimhaut entzündung blähungen verstopfung gastroparese dafür liebe ich diese therapie auch okay für einen erwachsenen konsumiere alle zwei bis vier stunden gel von fünf bis zehn zentimeter frischer aloe vera ohne haut anthony zeigt in seinem video wie er die aloe filetiert wir blenden euch diesen ausschnitt hier ein damit ihr es auch sehen könnt er schneidet das untere helle ende ab weil es zu bitter ist wer mag kann es nutzen zum beispiel auf der haut anthony nimmt es nicht innerlich er schneidet dann fünf bis zehn zentimeter ungefähr so ein großes stück ab er hat eine aus dem eigenen garten und eine vom geschäft und er macht dann einen schnitt in der mitte schneidet es aber nicht ganz durch in zwei hälften sondern schneidet nur ein bisschen ein und klappt die hälften dann auseinander die grüne haut muss man abmachen man darf sie nicht essen und auch nicht im mixer mit mixen es geht also nur um das gel dass man wie ein filet raus filetiert und dafür nimmt anthony einen löffel mit dem also den ja den löffel den hält man so dass er wie zum essen mit der ausgehöhlten seite nach oben zeigt und dann steckt man ihn quasi an der schnittstelle unter diese grüne haut und löst dann so die haut ab indem man ihn vor und zurück bewegt anthony sagt das ist ein trick der wenn man ihn beherrscht am besten funktioniert um alugel auszulösen anthony sagt er ist es gerne direkt mit dem löffel quasi aus dem blatt heraus und er meint das solle man lernen denn die alue so zu sich zu nehmen ist die potenteste art und weise also damit ist gemeint potenter als sie zum beispiel in wasser dann zu mixen wenn du den geschmack nicht magst also das ist sehr gewöhnungsbedürftig schleimig und auch vom geschmack her sagt er wirst du dich mit der zeit an den geschmack gewöhnen und beginnen sie zu mögen als nächstes nimmt anthony ein weiteres rausgelöffeltes stück und totes in ein schottglas davon kann man mehrere machen die man sich dann in den kühlschrank stellen kann damit man sie eben im rahmen der schocktherapie später zu sich nehmen kann man kann mit dem löffel ein bisschen gel noch runter kratzen also anthony macht das in der regel so aber je näher man an die haut kommt an diese grüne haut umso bitterer wird das gel wie bittere medizin und die meisten mögen das nicht wenn man der spitze des blattes nahe kommt wird es sich rosa oder rot färben wenn du es also längere zeit im kühlschrank lässt wird es beginnen zu oxidieren und rosa oder rot werden und normalerweise passiert das zur spitze hin im unteren bereich wenn du also versuchst die alue länger im kühlschrank zu lassen dann würde ich an der spitze beginnen zu essen also das letzte ganz spitze stück weg tun denn da ist es schwer das gehe noch raus zu quetschen und anthony zeigt dass viele tieren dann noch einmal an einem zweiten blatt auch das blenden wir hier ein er sagt das ist eben die beste methode so mit diesem löffel reden wir noch mal darüber wie oft man das essen soll zu sich nehmen soll also hier kommen die anwendungstipps für erwachsene im rahmen der schocktherapie 5 bis 10 cm alle vier stunden also ihr wacht auf beginnt und macht das dann alle zwei stunden entschuldigung ich glaube da stand im buch alle zwei bis vier stunden und er hat dann irgendwie gesagt als er das beispiel genannt hat er macht das dann alle zwei stunden aber bitte schaut es noch mal ganz genau nach ich weiß es in diesem moment jetzt nicht was er im video gesagt hat aber es steht im buch heile dein gehirn praxis programm unter eben alle schocktherapie ja also das wäre sozusagen die maßnahme diese diese art der engmaschigen schocktherapie wäre die maßnahme für er nennt das akute angriffe also menschen haben akute gallenblasenkrämpfe oder chronische in solchen fällen kann man die schocktherapie machen wenn dein arzt einverstanden ist fragt was für dich das richtige ist ok also diese therapie kann man ein bis sieben tage lang machen und nach drei tagen pause kann man einen weiteren zyklus machen wenn man möchte wenn ihr keine schocktherapie machen wollt dann kann man auch einfach täglich oder einmal in der woche dieses gel zu sich nehmen so ein stück ihr könnt das alles nachlesen auf seite 55 im praxisbuch von heide dein gehirn es steht euch natürlich frei auch gerne täglich alue zu euch zu nehmen dazu einfach fünf bis zehn cm abschneiden und filetieren die alue hat seitlich stacheln manchmal sind die scharf manchmal nicht anthony hat sie in diesem fall nicht weggeschnitten aber man soll darauf achten die haut darf nicht gegessen werden achtet beim herauslöffeln darauf dass das innere dass ihr das innere der haut nicht mit raus schafft darin sind stoffe enthalten die bei manchen menschen reizend wirken ich kann euch gar nicht sagen wie viele menschen obwohl ich ihnen gesagt habe sagt anthony dass sie die haut nicht essen sollen das blatt dann trotzdem mit der haut in den mixer geworfen haben auch in den sozialen medien habe ich das gesehen ich weiß nicht warum sie das machen es kann reizend wirken wie gesagt das untere ende circa drei zentimeter abschneiden weil es zu bitter ist am besten ist der effekt wenn es pur verzehrt wird aber wenn das schwierig ist kann man es auch mit wasser im mixer zu aluawasser mixen tue es nicht einfach in den smoothie es funktioniert dann nicht auf dieselbe weise man kann das gesamte gel für den tag morgens vorbereiten und dann in einem luftdichten behälter in den kühlschrank tun zum beispiel wenn du den rest des blattes also wenn du es nicht alles auf brauchst und den rest des blattes auch noch lagern musst dann wickel das angeschnittene ende in ein feuchtes tuch oder plastikfolie und lagere es so im kühlschrank vermeide blätter mit sehr rotem gel so anthony zeigt eine tomate tomatenrot oder besonders besonders wässrige blätter sie sind oxidiert sie sind nicht mehr frisch und beginnen zu faulen anthony zeigt dann noch wie er aluwasser macht das ist die zweitbeste option also nach dem essen des frischen gels dabei liegt es an dir wie viel wasser du nimmst anthony nimmt also ich habe geschätzt circa 300 milliliter 300 milliliter und acht bis zehn zentimeter gel und mix das für menschen die sich vor dem schleimigen gel ekeln ist das eine gute möglichkeit auch wenn das direkte essen am wirkungsvollsten ist man kann aloe vera auch nach dem essen zu sich nehmen zum beispiel wenn du mit verdauungsproblemen nach dem essen zu tun hast oder mit säure reflux magenschmerzen oder blähungen vielleicht ein brennen im magen das haben viele menschen bei denen die nerven entzündet sind oder menschen mit helicobacter pylori die mini geschwüre haben die man nicht einmal sehen kann vielleicht zeigt da auch der ultraschall nichts in jedem dieser fälle ist das essen von aloe nach dem essen eine möglichkeit es kann direkt danach sein oder 20 minuten oder 30 minuten später auch wenn du schwierigkeiten durch gase hast kannst du es nehmen es muss auch nicht immer direkt nach dem essen sein du kannst es auch nehmen in dem moment wo du ein problem hast es mag sein dass du jemand bist der ein blatt oder ein halbes blatt täglich essen sollte und die schocktherapie macht bleibt hier offen aber fragt einen arzt was für dich richtig ist im buch findet man dann auch noch vorschläge für die menge die man bei kindern nehmen kann und ja das waren anthony's tipps er kocht dann noch und am ende sagt er und nur fürs protokoll ich werde bald anfangen über alles mögliche zu reden also macht euch bereit denn ich habe es für mich behalten und es wird rauskommen müssen ich lasse es euch wissen und wenn das soweit ist the shit is gonna be shocking as hell also wird der wird der scheiß schockierend wie die hölle sein ja das waren anthony's tipps zu aloe vera bis montagabend könnt ihr aloe bei malern und anna bei gesundes gemüse bestellen den link findet ihr in der video beschreibung die zwei haben mir gesagt dass sie häufig gefragt werden was es bedeutet wenn auf dem aloe blatt steht nur für kosmetische zwecke oder nicht zum verzehr geeignet das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen ich habe das schon früher mal in meinem bioladen gefragt weil mich das auch irritiert hat und die haben mir dann dort gesagt dass das jetzt nicht heißt dass man es nicht essen kann sondern manche menschen reagieren empfindlich vor allem wenn teile der haut am gel bleiben und deswegen muss man den hinweis drauf schreiben das war damals meine info und ich habe es seitdem immer gegessen aber es ist natürlich irritierend wenn man es das erste mal liest und bei mir ist es auch so ich achte vorsichtshalber immer darauf dass wirklich nichts mehr grünes also von dieser haut am gel zu sehen ist und marlon von gesundes gemüse wo ich die aloe bestelle hat bezüglich dieser aufschrift auch bei seinem lieferanten nachgefragt und die antwort dort war dass sie die aloe wegen dem enthaltenen aloin nicht als lebensmittel verkaufen dürfen auch wenn sie in maßen eingenommen sicher nützlich sein könne müsse sie aber exakt zubereitet werden wikipedia schreibe zum beispiel zu aloin es wirkt stark abführend ja das also war so in etwa die antwort des lieferanten ich möchte dazu aber auch anmerken dass anthony im buch medical food zu aloin schreibt dass es gemeinsam mit anderen verbindungen entzündungen im darm abklingen lässt ihr könnt es dort selber nachlesen allerdings steht in anthony's buch in dem gehirn buch wo ich schott aloe vera schock therapie beschrieben ist dass man sich wenn man die alo nicht aus dem laden holt sondern selbst sieht dass man sich dann vergewissern soll dass es sich um eine essbare sorte handelt also vielleicht gibt es da auch andere sorten ja damit danke ich euch fürs zuhören und ich verabschiede mich für heute bis zum nächsten mal